Rätsel. Ja, manchmal spinnt die Steuerung etwas. Aha! Aua, Aua, es hat wehgetan. So, erstmal hier hingucken. Achte auf die Schad der Kreaturen, die an der Decke hängen! Äh, leleleck mich! Ne, 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 die Hikate! Oho! Oho! So! Sehr schön! Gefällt mir! Daumen hoch! Abonnieren verrückt! Hm, Entschuldigung. Ah, Bomben! Das gefällt mir noch mehr. Das gibt mir auch. Und das gefällt mir auch. Das gefällt mir wiederum nicht. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal. Oder? Ach komm, das schaffen wir schon. Einfach dahin! Oh, die... Nein! Ah! Gemeinheit! Gemeinheit! Aua! Ist alles so gruselig! Oh, gucke. Alter! Nein! Alter, war das knapp. Alter! Wir wollten doch alle verarschen. Jetzt mal ganz ehrlich. Alter! Jetzt geh schon hoch, Link! Das ist auch nicht der Quatsch! Ich muss sagen, das ist ziemlich gruselig. Aber es hat irgendwie so einen Flair da. Das ist... Ja, ich weiß nicht. Es hat so einen gruseligen Flair einfach. Ah, da sind wir wieder. Ich wollte aber zurück zum Anfang. Der ist nicht hier, der Anfang. Aber ich wollte... Ich geh jetzt mal hier hin. Ja. Oh ja, hier. Hier wollte ich auch noch rein. Ah! Oh mein Gott! Alter, was ist das? Ich hasse Gegner, die man nicht sehen kann! Ich hasse Gegner, die man nicht sehen kann. Alter! Alter! Ah! Erledigt! So, jetzt noch die goldene Skulltula! Die, 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 die! Das war es aber auch schon, was es hier gibt! Scheint so jedenfalls. Gehen wir mal schauen. Gehen wir mal schauen. Äh, ich kann schauen. Oh. Oh. Äh. Fee? Hallo, Fee! Ah, da ist er. Komm her! Danke sehr. Gefällt mir. Da braucht er noch eine... Entschuldigung. Ich hab wieder ein paar Anfälle gehabt. Erstmal hier durchkrabbeln! Das kann... ...Liddle Link! Ja, so schön! So, hier bekam man noch diesen Mist mit dem Dings und so. Ja! Ah! Ah! Nein! Ah! Lass mich los! Ah! Ey, komm her! Hier! Ja, komm her! Nimm dies, du schräges Monster! Ah! Nein! Nein! Ja, komm ruhig her! Komm ruhig her! Ah, fuck! Lass mich los! Oh, er ist tot. Fische. Hui, huii, huii, hui, 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 hui! Und was ist da drin? Jetzt kommt der Kompass! Ahaha! 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 Ah! Es ist immer wieder typisch. Immer wollen mich alle verarschen Immer wollen mich alle verarschen Echt Das geht doch nicht Und mich immer alle nur fettig machen Und mobben und so Und dieses Spiel mobbt mich auch Das geht doch nicht So, hier werden wir jetzt mal noch reinbomben Ja, wir können was bomben Jo 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 Ja, ein Loch Ja, Herzen Ja, was zum Klettern Ja, tot Oh, was, kann man das auch bomben? Nö Aber das kann man bomben Wir bomben alles weg, was geht Yeah Ne, nichts Und da war fisch eine Bombe verschwendet Hier kann man nirgends durchflossen Ja, kann man nirgends durch Oh, da brauch ich das nicht Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Oh. Oh. Nee. Mal sehen. Hier gibt es doch noch mehr interessante Sachen. Zum Beispiel diese interessante Sache hier. Hier kann man durchkrabbeln. Auf der anderen Seite finden wir eine verschlossene Tür. Wunderschön. Oh. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das kann man wahrscheinlich nur mit so einem Deku-Gedöns da treffen. Mit diesem Deku-Gedöns. So. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein Schalter. Das hast du mir schon hundertmal gesagt. Oh Gott. Wobei? Das ist gemein. Das ist gemein. Das war jetzt gemein. Also jetzt wirklich. Das... Was war das denn? Wie soll ich denn besiegen? Um da erfasst zu werden. So. Da kann man jetzt mal in Ruhe am Arsch lecken. Da dieses komische Vieh. Wir gehen jetzt nach rechts. Nach rechts gehen wir. Ich will doch nur dieses verdammt. Ja. No. No. So. Okay, seid ihr bereit zu sterben? Ja, gehen wir rein. Warte, erst mal den anderen. Komm schon. Nein! Haha, geschafft! Geschafft! Ja! Geschafft! Ja! Ich bin gut! Ja! Geschafft! Woohoo! Yeah! Yeah! Es hat nichts gebracht! Yeah! Woohoo! Ja! Yeah! Woohoo! Ist sonst nichts? Dieser ganze Dungeon will mich verarschen! Dieser ganze Dungeon will mich nur verarschen! Der ganze verdammte Dungeon will mich nur verarschen! Nein, wirklich! Der ganze! Das ist wirklich der gesamte Dungeon! Wahrscheinlich ist hier hinter noch nichts mal was! Guck euch das mal an! Da ist doch... Da kann man doch was wegbumpen und so! Und dann ist da doch gar nichts! Dankeschön, Fee! War ruhig aber nicht! Dieser gesamte Dungeon will mich veräppeln! So, ich mach mehr Bomben! Die es aber hier nicht gibt! Schön!